hallo? ja genau! wie ich den halt gerade voll nicht antriggern konnte kräftigen schlag soße nimm mal den schön top-taktik oh das ist nicht so viel alle feinde ja ne hemmelsloser au 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 der sandballoch der finsternisch wurde besiegt 6,4 und 800 oh wir haben Level ab mit irgendwelchen komischen schlangen und 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 schwingend schleiche glaube ich war das nicht oder? so komm zuhause gehen weg auch nicht oh die Viecher hier noch ne Chat, wisst ihr noch? Wie die hießen, die Schlangen? Ja, wie da? Hi, lange nicht mehr gesehen, Hallöchen. Ich versuche gerade irgendeine Schlangen-Dingsbums zu kriegen, so Schlangen-Seelen. Oh. Irgendwie? Fragen wir mal die, ob die eine haben. Ein Bruselas. Ich glaube, der hat keine. So. Und wie war dein, äh, äh, Freitag bisher ja wieder? Rionaldo hat Level ab. Oh, nee, zu Glück. Alter. Ich glaube, wir müssen gleich echt nochmal da hin. So, was haben wir hier? Gelbes Kleino. Oh, es sieht cool aus hier. Äh, okay, hilft nix. Wir müssen nochmal nach Finnland. Äh, 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 äh. Ich und mein hier irgendwie sieben, ne? So. So, den Vogel, da habe ich auch keine Ahnung. Da müssen wir wahrscheinlich immer nur hin und den jetzt kaputt machen. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Meine Güte, ist das eine Schlangseele in deiner Tasche? Soll ich sie in etwas verwandeln, womit du mehr anfangen kannst? Ja. Hey, also gut. In welchen unglaublichen Gegenstand soll ich sie verwandeln? Fermiland? Schimmerseide, schwarze Träne. Äh, okay, abbrechen. Äh, okay, Schlangenseelen brauchen wir. Warte mal, wir haben doch. Ja, 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 nein. Geht er mal weg. Den da. Info. Ah, ne, Quatsch, so ging das nicht. Äh, Gegenstände. Gegenstände, Schlangenseele. Info. Fallengelassen von, schwarzer Drache, Schneeschlange, Proll-Troll der Finsternis, Fynnwürm der Finsternis und Pruselas. Also doch Pruselas, okay. Also es ist da wohl ein Rare Drop. Seltenheit A, okay. Er ist wirklich Rare. Und wieder da, BB. Na, wir waren Freitag. Gut, nur den, äh, Weitermarkt. Dann probiere ich jetzt mal was. Okay, also die sammelt, da muss man dann erst, äh, gucken, was ich da brauche. Teleporten. Ich kann mich nur in Schneefeld. Das heißt, da müssten wir da hochlaufen. Okay, das würde ich aber ganz gerne probieren. Weil wir sind ja da rein. Wir haben das Buch. Der Heckschein. Wir übernachten mal kurz. Äh, wir haben hier morgen, okay. Tatsächlich, ich komme da hoch. Du, Skorpi. Du, sag einmal Skorpi. Warum sagst du mir nicht, dass, äh, Obake mittlerweile mit meinem anderen Account zockt? Die Grotta de la Fonte. So, ich gehe jetzt nochmal da rein. Hm. Der große, der Tiger, den nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Tief im Herzen lebt ein frostiges Wald im Schneefeld. Vor vier und vier Generationen. Und dann sagten ihr, ob der üppigen Segnungen, die sie ihnen nach ihrer Überzeugung gewährte. Ja, ja, Vermutung. Es solltet alles drauf hin. Kreatur handelt die einst. Da, 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 da. Endgültig zu töten. Egal ob. Er absorbiert die Macht seines Angreifers und erwacht wieder zum Leben. Blitz-Zauber. Zick, zack und zick, zack. Zick, zack und zick, zack. Und zick, zack, zuck. Ja, Problem ist, Attribute. Das hat er nämlich nicht. Rionaldo. Auch nicht. Veronika. Ich habe keinen Zick, zack und zuck. Ja, weil ich so frage, ey. Du, wie sieht es denn aus? Hat Sascha jetzt einen eigenen Zocker-Account? Oder Tommy? Oder, äh, ne? Dafür müsste ich so eine Liste durchgehen. Ich sage, ganz ehrlich, ich reile das hier nicht. Ich habe das Ding doch hier. Warum sagt man? Mein, oben war ich schon. Da passiert ja auch nichts. Und Scorpio, wie wir deinem Freitag bisher so. Auch für alle schick bei dir gewesen. Den brauchen wir. So, jetzt müssen wir da wieder runterfinden. Doch, ging so. Der hat sich jetzt aber nicht so berauschen dann, tatsächlich. So, dann müssen wir jetzt hier rum. Dann reiten wir jetzt einfach da hoch. Nicht wirklich. Wie war denn dein Telefonat letztens? Oder hängt das damit zusammen? So. Oh, das hängt damit zusammen. Dann habe ich nichts gesagt. Warum? Oh, geht hier nicht darum. Okay. So, wir sind da jetzt auch mal. Ich rasche halt einfach mal durch. Hm, sagte er und reite voll in den Viech rein. Das ist also nicht so gut gelaufen, sagst du her. Tut mich leid. Nice. So, Bodo hat Level ab. Bodo hat auch letztlich Level 5 und 8. Warte mal. Wir gehen ja mal kurz so da hin. Charakter Baukasten. Entweder ist es Veronika. Die hat aber nur Peitsche. Hm. Boah, Bodo hat hier halt auch nichts drin, ne? Heim der Hexerei. Geil. Das werden halt dann Clown, ne? Ja, da warte mal noch. Hat sich nicht mehr gemeldet bei dir. Er meinte wohl, braucht ein paar Tage Zeit. Ob das noch Sinn macht. Ah, okay. Hört sich ja eher ungeil an. So, Brüderlichkeit haben wir hier unten. Den da wollte ich haben, ne? Teil einer Koop. So, was haben wir dann hier? Schmerzwandler. Der Nutzer hält einige Runden lang die Hälfte des Schadens, den er anrichtet, als LP zurück. Der ist cool. Dann warte ich erstmal noch mit dem, dann würde ich das Ding erhaben wollen. Was hat denn Rionaldo noch so alles? Ja, aber ist mir auch mittlerweile egal. Weil ich lauf dem nicht mehr hinterher. Entschuldigung. Ja, hinterherlaufen macht auch keinen Sinn. Absorbieren die anderen Galden. Den wollte ich haben. Genau. Was haben wir da drin? Plötzlicher Tod. Ein schneller Stich, der Feinde mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Jenseits befördern kann. Messer. Er hat kein Messer. Prügelknabe. Oh, Obkraft. Und den nehmen wir mal. Rionaldo und Hendrik. Habe ihm geschrieben, ich lasse ihn bis nach Ostern Zeit, aber er meldet sich sowieso nicht mehr. Das Waldstern. Au. Rütterliche Rückendeckung. Charmanter Schauspieler. Für das Aktivieren von 40 Talentpunkten in Rionaldos Charakterbaukasten. Ausdauer plus 20. Komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit. So, hier ist jetzt der Überschritt drin, oder? Finger der Gerechtigkeit. Fällt mit der Macht der Rechtschaffenheit über einen einzelnen Feind her. Da muss ich mal gucken. Alter, was habe ich da unten noch? Warte mal. Was ist denn das da unten? Lichtbringer. Erstmal Kräftigung holen. Erzeugt eine heilige Aura, die dafür sorgt, dass schwächere Monster die Gruppe meiden. Pinkheit plus 10. Wir haben auch 40. Ausdauer plus 10. Charm. Kategorische Kräftigung. Da haben wir ihn doch. Magische Macht plus 50. So, müssen wir mal gucken. Jetzt laufen wir mal hier mal weiter. Oh, das ist natürlich super dämlich, hier zu skillen, wo ich nicht speichern kann. Oh, hier ist Rutschick. Ja, wir haben auch Blasisch. Äh... Da geht's lang. Oh, guck mal. Platin, Gold und Kleinrot. So, ich lasse ich einfach mal stehen. Euch auch. Oh, schön, ich kann hier speichern. Nicht, dass ich wieder alles nochmal skillen muss. So, jetzt bin ich ja noch gespannt. Das Problem ist halt, ich habe halt kein Zick-Zack-Zuck. Also weder Zick noch Zack noch Zick-Zack-Zuck. Oh. Nein, ich habe gesagt, Jör. Bei dir war das eine Frage. Das ist ein bescheißer Meter. Was haben wir denn hier? Metall-Dämonen-Dämmerung. Das ist doch auf jeden Fall... Das hast du jetzt aber gesagt, nix ich. Okay, das ist gut. Instant-Test-Test-Test. Oh. alter echt jetzt anfälliger für feindliche eisangriffe jetzt ein bisschen ungeil der ist wohl ein bisschen schwieriger hier Entschuldigung du darfst das weil ich kann das einfach wobei ich den einfach nicht mag so so ok da bräuchten wir jetzt einfach mal Heilung Glitzki bitte so wenn die halt endlich mal aufwachen so ich muss mal ganz kurz so er ist mein Dill da ja sichert das alter glaub bei dem war immer nur die sille ok warte mal da ist fast tot äh was hat der denn wirkbar aufs multiabschirmung wie sie halt immer nur pennt Murgel so so guten morgen serena spielst du auch mal wieder mit ja äh hier wo war denn der knickknack knall vorstatus leiden snap crackle snap crackle oh 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 Jedes Gruppenmitglied erhält 12.000 Erfahrungspunkte, die Gruppe erhält 3.000 Goldmünzen. Oh nein, der Jethun der Finsternis erwacht wieder zum Leben. Offenbar musst du irgendetwas Besonderes tun, um ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Ja, aber ich war doch da drin. Äh, Moment, Magie. Serena, Wiedergeburt, Hendrik. Wiedergeburt finde ich übrigens geil, weil sofort komplett voll. So, plupp, alle voll. Also, so ganz bin ich da noch nicht dahinter gestiegen. So, wir machen das jetzt mal so. Fühlen dann einen Lagerplatz. Ist ja gar nichts mehr drin. Ja, wenn wir hier schon mal sind, dann können wir gleich mal kurz schlafen, ne? Und ansonsten, Skorpi, was steht bei dir, wo es dann so an? Gehst du zur Leonie oder kommt sie zu dir? Hm. Also, der Typ hat uns in die Bücherei geschickt. Wir sollen da das Buch, das Buch haben wir gefunden und gelesen. Aber nix weiter passiert nix. Wir brauchen die Blitz-Magie, den... Zick-Zack. Zick-Zack oder Zick-Zack-Zuck. Hey, die Frage ist jetzt, wenn du den jetzt da öfter killst. Weil du hast ja hinten dran, hast du ja gleich das Ding zum Auffüllen und Speichern. Das waren da... Wie viel? Das waren schon gut XP. Naja, hast du gestern kurz gesehen? Haben gesagt, ihr macht das danach Ostern. Naja, macht Sinn, ja. Ja. l